Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Bundesrat hat am Montag die ausserordentliche Lage geklärt aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus. Wir haben im Stadtrat heute darüber debattiert, was das für uns als Stadt heisst und was das für euch als Mitarbeiter heisst. Wir haben einige Informationen zusammengestellt und lassen euch hier per Mail zukommen. Die ausserordentliche Situation fordert uns alle. Wir haben einen Auftrag, einen wichtigen Auftrag für die Stadt, für die Gesellschaft. Damit wir diesen Auftrag zu jeder Zeit auch erfüllen können, müssen wir uns selber untereinander Sorge tragen. Darum müssen wir uns unbedingt an die Weisungen des Bundesamtes für Gesundheit halten und diese im Alltag umsetzen, vielleicht auch einmal eine Kollegin oder ein Kollege darauf einweisen, dass er und sie sich daran halten sollen. Ich bitte euch auch die Informationen, die jeweils vom Stadtrat kommen, aufmerksam durchzulesen und umzusetzen, dort, wo ihr selber gefordert seid. An dieser Stelle danke ich euch ganz herzlich für euer Engagement. Bleibt gesund. Hebt euch untereinander Sorge.